Der nachfolgende Beitrag wurde auf hallo-meinung.de veröffentlicht. Ein besonderer Weihnachtswunsch Ein Gastbeitrag von Daniel Krampe Weihnachten ist für viele das Fest der Süßigkeiten, der Geschenke oder dem festlichen Schmaus. Für mich jedoch ist Weihnachten die Zeit der Nächstenliebe, eine Zeit, in der wir uns daran erinnern sollten, unseren Nächsten hilfreich die Hände zu reichen. Ob arm oder reich, ob alt oder jung, ob krank oder gesund, jeder Mensch hat seine ganz eigenen Ängste über das Jahr hinweg. Ich wünsche mir nur eines zur Weihnachtszeit. Ich wünsche jedem Menschen auf unserem Planeten, dass die Menschlichkeit wieder Einzug findet in uns und wir uns gegenseitig die Hände reichen, wenn einmal ein Mensch unsere Hilfe benötigt, egal in welcher Lebenssituation. Gleich auf welchem Glauben, denn für mich sind wir alle gleich, so wünsche ich allen Menschen eine frohe Zeit der Nächstenliebe und der Hilfsbereitschaft. Dass wir in dieser doch so verrückten Zeit nicht mehr nur noch der Habgier und dem Egoismus verfallen sind, jeder brauchte einmal die Hilfe eines anderen. Genau diesen Gedanken werde ich ewiglich weitertragen und jedes Jahr zur Weihnachtszeit wieder vor mein eigenes Auge führen. So wünsche ich allen Menschen eine schöne Zeit in den Kreisen der Familie, der Freunde oder der Bekannten, sowie einen schönen Start in das anstehende neue Jahr 2022. Euer Daniel Krampe Bei diesem Beitrag handelt es sich um die Meinung des Verfassers. Hallo Meinung ist überparteilich und lässt einen offenen Austausch unterschiedlichster Meinungen aus dem breiten demokratischen Spektrum zu. Die Beiträge unserer Leser sind eine Meinung bei Hallo Meinung und geben nicht generell die Meinung von Peter Weber und Hallo Meinung wieder. Liebe Zuhörer, ohne Sie wäre unsere Arbeit nicht möglich. Alle Informationen zu unserer Kontoverbindung finden Sie im Begleittext. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. Weitere Beiträge finden Sie auf hallo-meinung.de Wir freuen uns auf Ihren Besuch.